Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu das Weltfahrqual Primal. Heute weiter mit dem nächsten Teil und der Wiederoberung des unseres kleinen Lieblingslagers. Wir müssen ja nach und nach wieder die Jungs da holen, so leben wir die mir jetzt ihre Gegner holen, ihre Freunde da holen. Ich kippe mir jetzt echt auf den Piss mittlerweile. Leiderlich habe ich alles geholt, das ist das Problem an der Sache. Das ist bei uns, ich brauche hohe Blätter. Ich kann unsere, meine kleine Raubkatze gar nicht gut gebrauchen gerade. Okay, blatt. Scheiße, ich habe so gut angefangen, so gut angefangen, wieder nicht auf die... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Fuck you. Das heißt, wir müssen jetzt mal wieder hier raus. Sollte ich jetzt nicht daher retten? Das ist das Problem in der Sache. Scheiße, kaputt. Kaputt. Ja, ist klar. Hinter mir sind auch noch Gegner, ne? Haut doch ab von mir. Haut doch ab von mir. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem an der Sache. Ich habe es nicht hin. Ich hätte vielleicht der ein oder andere noch mit erwischt, aber ich habe es leider nicht nicht. Ich habe es nicht hin. 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 Entschüss. Ich habe es nicht hin. Es ist hin. Man Nomel ist nicht hin. Leider kann ich nicht mit der Eule zusammen. Alles mal gut. Ich kann nichts machen, weil ich keine Wäsche habe. Ich kann nichts machen, weil ich keine Wäsche habe. Ich kann nichts machen, weil ich keine Wäsche habe. Ich kann nichts machen, weil ich keine Wäsche habe. Ich muss hier wieder ein bisschen wärmen. Ich will das Ding hier eigentlich haben. Das kann doch nicht sein, dass ich die nicht down kriege. Ja, es ist ja schwer, aber das ist ein Problem. Da kommt einer. Der ist auch gepanzert, also der ist ein bisschen was härter zu snacken. Ich muss mich jetzt verstecken. Ich hoffe, dass die jetzt gleich in das Zelt reinkommen. Aber nur noch nicht viel könnte es ja nicht sein. Ich will das Ding. 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 Einer weniger. 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 fuck ja leck mich doch abarsch ach man da habe ich wieder einer gesehen habe ich wieder raus bin ich hasse so gestürzt die ganze zeit weil die einschlag brauchen und du bist fast komplett bauen ich weiß es nicht ich krieg es nicht hin ich bin da bin ich zu blöd dafür oder ich krieg es einfach nicht hin das ist das problem ist gerade einfach an dass ich es nicht hinbekomme ich weiß es nicht keine ahnung ich rede mit tensa ja komm wir gehen mal zurück ins dorf wir müssen ein bisschen ja wir müssen versuchen sonst müssen wir einfach was anderes machen problem jetzt 10.000 folgen noch hintereinander mit diesem mission zu machen und alles überhaupt nicht weiter zu kommen an dem teil habe ich jetzt auch gesagt nicht die lust drauf ich bin noch ruhig ich muss rotblatt holen ja ihr kennt das so das ist eigentlich daneben das ist immer mal wieder voll das ist ich habe mich das gerade so ein bisschen sehr gar nicht trotzdem wirklich gerade gut damit müssen wir es halt in der nächsten versuch auf folge noch mal kriegen vielleicht sind wir noch gar nicht so stark genug ich weiß es wirklich nicht woran es liegen könnte keine ahnung bis dahin und auf wiedersehen tschüss